In dem letzten Video zu KDN Live habe ich dir ja gezeigt, wie man den Text von oben nach unten ins Bild laufen lassen kann, so Matrix mäßig. Und in diesem Video möchte ich dir relativ einfach zeigen, wie du Texte, in dem Fall haben wir hier auf 1, 2, 3, 4, 5 Spuren, ich mache das mal so, dass wir nur noch das sehen, was für uns wichtig ist, so, auf 5 Spuren, Videospuren, haben wir Grafiken eingefügt, die du hier auch nochmal siehst, also, das sind PNG-Dateien, die ich mit GIMP erstellt habe und wir machen auch hier nichts von wegen besondere Effekte, sondern wir machen einfach nur Fade-In, Fade-Aus bzw. Fade-Out. Also, man sieht hier anhand dieser Spur, machen wir mal das Ganze noch ein wenig größer und ich mache mal diese Spur, damit man mal sieht, was eigentlich passiert. Also, das ganze Video, unten haben wir die Audiospur, da drüber haben wir sozusagen den Clip, den Sonnenuntergang, der im Hintergrund läuft und da drüber sozusagen Step-by-Step die Texte. Und das Ganze fängt, wie du hier auf der rechten Seite siehst, an mit Ton, den lasse ich jetzt mal nicht mitlaufen, bzw. den hörst du jetzt nicht, den hörst du nachher dann im fertigen Clip, weil ich dachte mir, das ist ja störend, wenn ich hier hin- und herschiebe, dass man dann immer irgendwelchen Sound hört. Im Moment hörst du nur mich. So, also, es geht rein, der Text geht rein, also ohne Fade und der erste Text geht dann langsam raus, zack, 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 zack und dann poppt der nächste auf, was ich natürlich so ein bisschen anhand der Musik dann gemacht habe, dass man sozusagen beim nächsten harten Schlag sozusagen den neuen Text einpflegt. Das machst du ganz einfach, normalerweise sieht die Datei ja so aus, indem du hier in der Ecke dann entsprechend den Text oder beziehungsweise den Fader anfasst. Ja, also, wenn ich das hier mal rausschmeiße, dann fängt hier der Text an und hört hier automatisch auf. So, wenn ich jetzt Fade-In, Fade-Aus machen will, habe ich hier oben für den Fade-In die Möglichkeit, das so einzustellen, wie ich das möchte, dann wird hier im Effekt- und Übergangsmenü sofort gezeigt, ah, so und so ist es, und hier könnte ich rein theoretisch das Ganze auf, ja, genau, sagen wir mal, auf eine Sekunde festlegen. Ja, jetzt würde der Fade-In eine Sekunde sein und würde dann nach und nach reinrutschen. So, das wäre die Möglichkeit eines Fade-Ins. Wenn du hier nicht den Effekt wieder rückgängig machen willst, kannst du hier einfach auf den Mülleimer gehen, auf den roten und zack, der Effekt ist wieder raus. Wir wollen aber Fade-Out machen. So, den mache ich hier hin, wo wir den Peak unten in der Musik haben. Jetzt kann ich mir, ich mache das jetzt so, dass ich sozusagen an der Stelle den Marker stehen lasse und dann dort anfasse und dort hingehe und du siehst schon, du hast da so eine rote Linie und zack. So, jetzt wäre der Fade genau gesetzt an diesem Punkt, wo auch der Peak ist im Sound, im Song. So, und das macht man im Endeffekt mit jedem Text. Das heißt, nur Fade-Out, kein Fade-In. Der relativ weiche, kurze Übergang macht es dann, also hier ist er weich, aber fürs Auge ist er hart, weil er kurz ist. Ja, also das Ausblenden und dann zack, das Einblenden des neuen Textes. Und das machst du sozusagen für jede Textvariante aufs Neue. Hier sieht man es halt auch. Der Text ist komplett zu sehen. Und hier wird er dann schon langsam wieder schwacher, bevor der nächste Text ins Spiel kommt. Und natürlich dann auch wieder an einem Punkt, wo Action ist. Und die Spur habe ich mir deshalb so groß gemacht, damit man halt das dann vernünftig sieht, weil wenn man die so klein hat, dann sieht man natürlich nicht so viel. Ja, das sind die Möglichkeiten, die du hast. Und das ist relativ einfach, das Video, was ich dir jetzt nochmal zum Schluss zeige, umzusetzen. Man kann auch mit sogenannten Hilfslinien, hier habe ich mal eine gesetzt, auch erst den Sound sozusagen abchecken, wo der beste Punkt ist, wo der nächste Text eingeblendet werden soll. Und dann kann man sozusagen Textmarker setzen oder Hilfslinien. Die kann man dann entweder entfernen oder, wenn man hier oben reinklickt, Hilfslinien hinzufügen. Zack, dann könnte man jetzt sagen, erster Wechsel. Ja, kann hier auch noch die Farbe ändern. Machen wir mal jetzt. Lassen wir einfach mal lila. So, und okay. Und dann kann man es hier entsprechend anfassen und sagen, okay, das soll hier sein. Oder man sagt jetzt zum Beispiel, eigentlich möchte ich hier den Cut haben. Ja, ich gehe bei Cadian Live auch gerne dann nochmal hier über die Lupe weiter rein und dann sehe ich, okay, hier ist der Cut. Also sprich, hier wird die Musik etwas leiser und dann wieder laut. Und dann kann ich sagen, okay, hier setze ich, upsala, hier setze ich die nächste Hilfslinie und sage zweiter Wechsel. Zack, ja, so kann man dann im Vorfeld, bevor man überhaupt die Grafiken einsetzt oder die Clips, kann man sozusagen den Audio-Bereich entsprechend schon mal kategorisieren und sagen, okay, hier muss ein Wechsel rein. Hier kann ich einen Wechsel machen. Hier kann ich einen weichen Übergang machen von Bild zu Bild oder von Text zu Text. Das kann ich ja nochmal in einem anderen Video zeigen, wie man das perfekt hinkriegt. Hier ging es heute und hier mal um das Video, wie ich ein kurzes Intro machen kann, knappe 16 Sekunden und wie das da aussieht, das siehst du jetzt nochmal und zwar mit Ton. Ich freue mich über jeden Kommentar, Fragen einfach in den YouTube-Kanal und das Video reinpacken, Anregungen. Ich bin für alles offen. In diesem Sinne, hab viel Spaß mit Fotografie, Videos und natürlich auch mit der Nachbearbeitung, die ich mit KDN Live mache. Tschüss. 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 Vielen Dank.